Willkommen zurück zu der Winterboden. Das ist in dem Spiel mit Piraten-Boomern und welchen riesengroßen Krebsen und Zeug, das irgendwie aus nichts aus dem Boden stammt. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem mächtigen Piraten namens Pontius Piratus. Was? Welche Brüse hat mir das nicht gelangt? Ich habe eine Kiste gefunden. Mit einem Auge. Mit einer Rüstung. Wie lange hätten die sich geblendet? Ach der Herr. Gut, dass sie geblendet noch die Falle gesehen hat. So. Quick Save. Ich glaube, sie hat noch mehr so Lust, den Schalter. Ich habe eine Falle entdeckt. Das Ding ist, das hier ist die Arena. Wenn ich mich am Ende zurückschüttel... Noch mehr Fallen? Warte mal. Das wäre gerade so bunt. Das sind ganz viele Fallen. Wir machen mal den prophylaktischen, entschärfenden Feuerball. Mal gucken, was da rumkommt. Oder wären noch welche Schätze gewesen? Weil an Pfirsich... Was ist das da hinten eigentlich noch? An Pfirsich ist mir das viel zu doof, wenn die 10 Millionen Fallen rumliegen, dass ich da rumrennen muss. Ich bin ja eigentlich auch einiges für, dass das die fallen. Und welche Kisten bewachen, die jetzt halt kaputt sind. Ach, Mensch, eine Falle. So, noch mehr Fallen hier oben. Wo ist denn hier eine Falle? Wasserfall. Verkrüppelt? Und meine rechte Waffe einfach kaputt gemacht? Was? Ein von 50, ne, großartig. Ich will hier noch einen anderen Stab. Nicht so cool. Hm, Mist. Oh, aber der Wasserstab ist gerade gegen die Kräfte sowieso nicht so gut. Noch mehr Fallen, noch mehr Fallen. Auch der Freundesblick, der Schalter. Infektiös erkrankt. Ach so. Breitet sich das jetzt unendlich weiter aus? Na ja. Vorhin ist es schon ein cooler Effekt. Das Tor ist aber leider immer noch nicht offen. Das sieht mir irgendwie so nach einem Ritzel aus, was ich gerade nicht in der Lage bin zu lösen. Na ja. Machen wir erstmal wieder die gute alte Feuerballentschärfung. Jo. Das, äh. Hat ja eigentlich ganz gut aufgeräumt. Andererseits, die Fallen wäre noch relativ sinnfrei. Wenn ich mich jedes Mal mit einer komischen Schlafrolle heilen könnte. So wie neu. In der Tat. Ein gewöhnlicher Schalter. Eingefroren. Also dahinter ist auf jeden Fall noch was. Wahrscheinlich, dass da ist eine komische Waffe, ja. Da wollen wir eigentlich hin. Wie lange hätten wir eingefroren Effekt hier noch? Na ja. Machen wir Fallen. Okay, hier ist auf jeden Fall nicht die Arena. Dann müssen wir auch nicht alle Fallen mehr entscheiden, ja. Was haben wir hier unten noch? Ein Bronzener Schalter. Da ist eine Falle. Ich sehe die Falle zwar gerade nicht, aber die ist bestimmt woher hier. Silberfall, einer hat Eisenhelm. Diese Rüstung ist hier in Silberfall. Die verwende ich auf einer Pfanne. Das ist nicht PUBG, wir brauchen das Ding hier nicht. Und jetzt hier. Hey, noch eine Truhe. Beschlagener Goldbecher. Kann Gold eigentlich überhaupt beschlagen sein? Das spricht ja eigentlich davon, dass der Goldbecher nicht ganz rein ist, oder? Ist die Bulle jetzt nochmal offen? Nö. Den Schalter habe ich noch nicht. Den exotischen Schalter? Hoh! Wirklich? Ich dachte, diese Falle wäre von einem fürchterlichen Piraten eingebrochen und nicht von einem Kind. Ja, das dachte ich auch gedacht. Oh, ne! Okay, ich sollte meine... Ich sollte die... Ich sollte die Fallen, die ich dann nur von einer einzelnen Person anklicken lassen. Ich glaube, da gab es noch mehr Teleporter, Alter. Der war jetzt auf jeden Fall der dümmste von allen, die ich bis jetzt gesehen habe. Sollen wir wieder rennen hier? Ich glaube, der teleportiert mich halt durch die komplette Map der Scheiß, Alter. Warum? Warum? Da habe ich das verdient. Das dauert halt so lange, bis du wieder zurück bist. Bis wir wieder runterlaufen, wieder da hoch und nicht nochmal den exotischen Schalter anpacken. Der da war es, glaube ich. Unlucky? Naja, Unlucky ist, glaube ich, relativ zu sehen. Ich gehe ja nicht besonders vorsichtig vor, ich kann mich halt immer wieder rausrennen, egal was passiert. Aber das ist halt extrem ärgerlich jetzt. Bei irgendeiner Schalter öffnet die, glaube ich, die Tür, aber ich weiß nicht welcher. Warum musst du die in einer gewissen Reihenfolge drücken? Das kann natürlich auch sein. Stücke Statuen. Weil das ist auf jeden Fall das Schiff unserer lustige Pirat, den wir hier noch nie erschlagen. Und ach, da fällt mir gerade so ein. Ähm. Haben wir das Spielbuch gar nicht gekriegt? Weil ich mich dagegen gewehrt habe, oder warum? Ah, nee, da ist es. Okay, warte mal, dann kriegt das wieder... Kriegt das Gunther? Hm, eigentlich wäre mal Dora bestens da besser für irgendwas Gunther. Könnte im Nachhinein vielleicht noch irgendwelche Eis-Elementare beschwören. Und das kann ja jeder alle an, ne? Ah, nee, wir gehen das Gunther. So. Zack. So, der fehlt, glaube ich, noch. Der freigeschaltene Schalter. Push it. Warum habe ich ihn jetzt dafür nicht gemüht? Habe ich gerade ein Hasenpoto ins Immerteil gekriegt? Nö. Einen unherrvollen Schalter, den haben wir auch noch nicht gemacht. Wo im Namen der... Wo ist denn der Rest von mir? Warte. Wo im Namen der Zündung schon lange bin ich jetzt gelandet? Kleiner Eintrank. Pergament. Da hat wohl jemand anderes den Scheiter schon gedrückt. Ach, ich fürchte, dieses Schreiben ist der letzte Beweis für meine Existenz. Ich war ein Nare, hier nach dem Blutstein zu suchen. Zu denken, dass ich mir schnappen könnte, bevor Pontius mich schnappt, mich hier im Wind baumeln lässt. War mein größter Fehler. Am schlimmsten ist, dass man wahrscheinlich einfach nur das Wissen oder eine Reliquie fehlt, um mich vor diesem unruhiglichen Tod zu bewahren. Es muss doch einen Weg von dieser einsamen Klippe geben. Da ich aber ein zu großer Nare bin, ihn zu finden, sage ich meiner geliebten Rivellon, die bewohlen und warte auf meinen Gang in die Halle der Seelen. Warte, ich glaube, hier war irgendwo ein Schalter im Busch. Oder wieso war das doch? Oder? Ah, hier ist auf jeden Fall noch eine Zier-Truhe. Ah, was war man hier schon? Jawohl, das hat noch gefehlt, das Buch zur Zerstörung von Beschwörung. Das ist gut oder halb groß. Leid oder das hier? Doch, die Leren Zauberstäbe ist auch nicht schlecht. Moment weiter, da musst du hier mal eben... Leren Zauberstab, das wäre schon mal interessant. Was ist denn da? Feuer? Aber Feuer ist immer gut. Und das von hier noch? Leren Armschienen, Armbrust, Schloss knacken. Oh, war das Schloss knacken. So, dann komme ich jetzt auf Schloss knacken 4, ja? So, der Zauberstab, wo bin ich denn hier oben? 243 Feuer, also könnte ich jetzt Dual Feuer wheelen machen. Neufehligkeit, Brandopferung, jetzt kriege ich das auch nochmal so... Äh... Wenn ich den richtigen schadet, könnte ich jetzt mit der Ratte sprechen. Skelett, also Skelett kann ich auch noch blöden, ne? Das hat eine Armbrust übrigens bei. Ich habe hier mal noch einen Schalter. Na, juhu, machen wir mal die langweilige Methode. Ja, wenn man sich natürlich einfach aus alles raus teleportieren kann, wird das Leben erheblich einfacher. Habe ich einen Schalter, habe ich ihn jetzt noch nicht gedrückt. Oder muss ich die Schädel einfach nur mit Feuer bearbeiten? War es so einfach? Ne. Die Schädel sind es nicht. Den Schalter habe ich schon, den Schalter habe ich schon. Den auch schon. Welcher Schalter fehlt denn hier noch? Ist hier noch irgendwo einer versteckt? Im Busch zum Beispiel. Ne. Äh... Was ist denn das hier? Da müssen wir hier so ein bisschen Nebel fallen. Hm. Ich habe echt ja keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich einfach mal Regen auf den Kopf drauf zauber. Das ist jetzt eher eine dumme Idee, aber... Der hat so brennende Augenhöhlen. Ich stehe jetzt vor meinen Augen zu ertrinken. Gut, also Regen auf das Ding rauf zu zaubern hat nichts gebracht. Hier hängen ja überall diese kleinen Schädel noch rum. Die hier. Über den kann ich auch überhaupt nicht interagieren. Also gar nicht, gar nicht. Warte mal, hat die Ratte vielleicht noch einen Tipp für mich? Ach, Mensch. Quick, ich habe schon immer gefragt, wo vor der seltsame Hebel da ist. Wo er wohin führt? Auf einer tropischen Insel? An einem staubigen Dorf im Westen? Oder vielleicht direkt in die Halle der Seelen? Das ist ein warmer Schalter. Oh, ich glaube, der ist stopp da, oder? Der warme Schalter hat übrigens auch nichts gebracht. Fehlt noch einer? Tja. Also der Schalter hätte jetzt wahrscheinlich alle anderen Schalter ausgelöst, wenn ich... Also er hätte die ganzen Minen ausgelöst, wenn ich die nicht schon vorher entschärft hätte. Na gut. Unabhängig davon bringt uns das trotzdem nicht weiter. Muss ich jetzt ernsthaft jede Ecke ablaufen, um noch ein paar Schalter zu finden? Das ist echt der Prämie. Da dachte ich... Ach, hier ist ja noch einer. Schalter von Race? Da versteht ihr also. Kennt ihr eine Race-Puppe? Was? Eine Puppe, die einem berüchtigten General in der fernen Zukunft darstellt. Wenn sie in die Hände haltet, verspürt ihr den Drang, Hebel zu bestätigen. Wirklich? Kann ich die benutzen? Ne. Tja. Hö. Hm? Hm, 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 hm. Ach, hier ist ja noch ein Schalter. Ein Schalter voller Kreide. Oh. Ein gepanzertes Erschwertkämpfer, der weniger Initiative hat als ich. Das finde ich gut. So, kommt jetzt zu mir ran gewatschelt. Latsch, 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 latsch. Da bleibt er perfekt stehen. Das gefällt mir sehr gut. Jo. Hat es jetzt... Ne, ist immer noch nicht offen. Ach man! Wie viel Schalter denn noch? Das hört ihr nicht auf hier. Ah, da seid ihr ja. Bei meinem letzten Kampf war das letzte Mal etwas abwesend. Nein, ich mach nichts mehr im Winter. Musst ihr hinter den Rock zu verstecken zaubern? Was? Musst ihr... Wirklich? Ich wollte nicht den Schlammwasser allein lassen. Beim nächsten Mal komme ich jetzt zu viel, wenn ihr mich ruft. Äh, okay. Ich werde jetzt mit dem ganzen Spaß verpasst. Was habe ich jetzt gekriegt? Nichts. Okay. Hm. Ich habe der Gnome letztes Mal gegoogelt, um den Scheiß-Schalter zu finden. Oder irgendwie sowas. Prinz, wir kannst hier... Ach, hier ist ja noch einer. Vibrierender Schalter? Oh. Ohne Hilfe werde ich bald sterben. Ist in der Tat richtig. Ist jetzt die Scheiß-Tür in die Aufhegegangen? Immer noch nicht. Ich wundere es ja, dass er nicht direkt gestorben ist. Oder ob das extra so gemacht ist, dass man... Die Frage ist jetzt, wie viel Dämpft macht das Ding genauso viel Damage, dass man knapp nicht stirbt? Oder hatte ich einfach nur Glück gerade? Hm. Ich kann zwei Kisten mitnehmen. Cool. Weil diese ganzen komischen Feuerspannenköpfe sind nur dafür da, um einen Schalter auszulösen. Ist auch so ein bisschen quatschig. Hm. Kommen die aber zu keinem Ergebnis. Jetzt. Okay, gut. Dadurch wird der... Der Schalter ist ja auch nicht unsichtbar. Ist hier hinten noch irgendwo einer? Da ist mir sicher... Müsste ich doch mal alle haben. Ich kann die Schalter ja auch nicht nochmal benutzen. Also muss ja eigentlich, sobald ich irgendwie einen Schalter durchhab... Dürfte ja kein Neuer kommen. Was ist hier hinten noch irgendwo einer im Nebel? Hm. Eine Elektrowolke. Da war auf jeden Fall noch eine Elektrofalle. Ansonsten. Ach, den habe ich auch. Den gläsernen Schalter. Haben wir es denn? Der gläsernen Schalter tauscht einfach eine Position. Ah ja. Gut, der gläsernen Schalter war jetzt nicht der Schlimmste. Aber jetzt sehe ich es kommen. Da ist der letzte Schalter. Da ist er. Der, der, der blutperfekte Schalter. Der bestimmt wieder meine ganzen Lebenspunkte kosten wird. Und... Endlich. Hat er dir das schon am Anfang angetan? Meine Fresse! Hat aber auch gedauert. Der hat sich echt Zeit gelassen, der Schalter. Das ist ja eigentlich noch... Gift-Avatar. Also, ich glaube, der Pirate redet eh noch eine Runde, vor allem, was losgeht. Ponsis Piratus, das ist er auf jeden Fall. Haha! So treffen wir uns wieder. Die Lebenden und die Toten. Ihr seid bei uns Piraten willkommen, da wir vorhaben, diese Rolle zu vertauschen. Euer Blut wird die Energiequelle des Steins sein und unser Fleisch wird in unser Körper zurückkehren. Ihr werdet sterben, sodass wir wieder... wieder leben können. Äh, ja. Moment, wir müssen kurz. Na, scheiße. Ich muss näher an seine komische Kanone, glaube ich, ran. Ponsis Piratus kommt leider als erstes dran. Das ist ärgerlich. Oh, nein! Warum hat denn Lilis jetzt gerade Furcht? Wuchtschaden kann er nicht abwärts. Er ist immun gegen Gift, wer hat's gedacht. Ansonsten hat er Resistenz gegen alle, aber seine Feuerresistenz ist definitiv noch die schwächste. So, wie schaut's denn bei euch mit Blutung aus, Freunde? Stich. Sie dürften an und für sich nicht immun gegen Blutung sein. Na, dann werfen wir doch mal eine Nagelgranate rein. So, und wie hol das... Na gut, ich kann ja keine Granate reinwerfen, das ist auch nicht schlecht. Ich lasse jetzt mal Dora einfach mal vorspringen, weil irgendjemand muss ja jetzt hier den Spaß tanken. Ich hoffe, dass die dann... Vergiss nicht, die Typen zu verschwören. Ja, kann ich ja nicht. Das macht ja Gunther. Ihr Ehe macht das. Ich bin schon mal Gunther direkt dahinter. Hauptsache, mein Hauptheld hat Furcht. Ach, Furcht ist so ein Scheiß. So. Ja, das ist, glaube ich, das hier besser. Das wollte ich eigentlich nicht machen, aber gut. Das war schön. Und dann habe ich, glaube ich, das große Verlangen, hier einfach einen Nebelfeil, den Typen hier vorm Bug zu schießen, damit die gar nicht auf die Idee kommen. Damit die schön an mich ranrennen müssen, die Bogen schützen. So, Freunde. Dann macht mal. Aber... Oh, Furcht ist so scheiße. Ich wollte noch Gift-Avatar-Saubern, findet mir so ein. Da hinten sind jede Menge Giftfässer. Jo. So, wie fällt Nico aus, dass das hier ein Fußgranat hat? Der Fußgranat hat den Schlafseffekt erkrankt hervorgerufen. Kostet 4 AP. Das werfen wir einfach mal auf den Pyromanen, wa? Bumm. Oh. Ich bin begegnen erkrankt. Das überrascht mich jetzt gar nicht. Er ist auch im Begegnen erkrankt. Na gut. Huuu. Er heilt sich leider an den Gift von Nico. Das ist auch sehr ärgerlich eigentlich. Ich glaube, ich muss jetzt aber mit dem Bugschützen hier tot stochern. Ja, hier noch einen Hit. So, Gunther, 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 Gunther. Also Gunther müsste eigentlich... Woher kommen wir denn hier? Ich müsste ja eigentlich auf dieses... dieses Ponzius Toos Maschine müsste ich irgendwie ran. Und auf den Blitz zaubern oder nicht? Ich habe doch bestimmt noch eine Blitzrolle bei, oder? Naja, habe ich leider nicht. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Was hieß hier das Ding auf? Ich dachte ja, ich habe noch einen Blitzzaubern. Aber... Naja, gut. Da muss Lilith ran. Das ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich jetzt. Na gut, dann äh... Wieder wieder nichts in Reichweite. Aber da muss ich aber nochmal P über. So, der P-Roman sollte jetzt zumindest draufgehen, oder? Oder auch nicht. Aber ist mal eingefroren. So, dann, dann, dann noch schöner E-Fail hier. Ja, alle ein bisschen Schaden zu machen. Scheint ja auch ein bisschen... ...unstig zu sein. Wie hat der hier noch? Die drei haben nicht so viel. Hä? Jetzt hat er es mal eingetroffen. Wann denn? Der scheint ja über die ganze Acker auf sich zu ziehen. Das finde ich gut. Wann, der verfehlt. Das ist sein Ernst. Dieser Furchteffekt ist halt so dumm. Vorhin, der Hauptheld hat Furcht. Hat die nicht Initiative? Die anderen Piraten haben ja gar nichts mehr. Geblendet oder ist schlecht? Das schau an, welcher Kopf- Äh, welcher Kopf an seinen Körper gefunden hat. Soll ich diesmal ein anderes Körperteil abreißen, Nico? Aua. Na gut, Nico, der tankt das hier weg. Ich hätte meine AOE nicht gleich am Anfang einsetzen sollen. Das war im Nachhinein recht dumm. So. Man kann sich Piratus oder Nier schießen können? Mit so einem Nierschlagsfall? Warte mal. Er ist anfällig gegen Wucht. Das heißt, so einen Nierschlagfall bist du eigentlich voll gut gegangen, oder? Anscheinend nicht. Jetzt macht er mal nicht viel Schaden, also... Hat nicht so gut funktioniert. Der hat doch auch nichts mehr. So, der ist down. Sind ja... Mit den Piraten sind ja nicht mehr viele übrig. So, trifft bitte mal was. Irgendein Gegen erkrankt. Toll. So, wann sein ist das? So, kommt jetzt dieses Mal wieder dran. Das ist ja schön. So, wie viel HP hab ich denn jetzt? So, Pyramie benutzen kostet wie viel? Sechs. Soll ich mir sechs? Und wie viel kostet der Spaß hier? Das kostet auch sechs. Und ich habe zwölf. Also, wenn ich mich ran trapportiere zu Gunther, müsste ich ja eigentlich in der Lage sein, das Geschütz aufzuladen. Ich weiß noch nicht, was es bringen soll. Ich mach das einfach mal. Ach, das ist meine ganze Gruppe da dran. Das ist natürlich jetzt scheiße. Hm, das hat irgendwie gar nichts gebracht. Außer, dass ich jetzt nicht mehr dran bin. Hm. Es war jetzt nicht so doll, wie ich mir das erhofft habe, muss ich sagen. Wir kommen zurück. Na, wo soll ich? Was macht der jetzt? Ach. Na gut, das ist eigentlich nicht so schlimm, wenn er nur einzelne Personen wiederbelebt ist. Das ist ja eigentlich relativ unkritisch, sag ich mal. Das kann er vor allem mit 3 HP, das kann er gerne machen. Das ist ja nicht so schlimm wie der Tote von neulich, der irgendwie alles wiederbelebt hat. Jetzt so eine Granate wäre nicht schlecht. Warum habe ich die denn alle Dings gegeben? Alle Mador? Ja, habe ich nicht hier irgendwelche Schönes schmeißen können? Ach, die Wiederauferstiegungsrollen, das ist ja schön. Äh, ja, ich kann es regnen lassen. Oder ich hau einfach den Typ mir volles Fundus Maul. Indem ich da ranrenne. Hm. Ja, denn. Der Nebel ist weg. Dö, 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 dö. Ja, nice. Schön verklickt. Jetzt hasse ich, dass die Leute rumzucken und du deswegen den falschen anklicken kannst. So, der ist auch hinüber. Also, der bleibt doch tot, so wie es aussieht. Diese Immunitik-Klingerkrankung. So ein Erbe. Äh, den Pirat, den kann man nicht mehr von der Alphazin hier. Hm. Aber, ansonsten. Das hier alles hat irgendwie keine Punkte. Boah, ich gebe jetzt Gunther einfach mal den Gift-Avatar, weil er sowieso durch den, da durchrennen muss. Nicht die komische, die komische Brüse, ja. Bestimmt voll die gute Idee. Ein Niko hat bis jetzt eigentlich mehr eine Menge Schaden erspart, wenn man so danach drängt. Auch wenn Pontius Piratus immer noch nur halb tot ist. Furcht fehlgeschlagen. Och, Mann. Ach, das ist doch so scheiße. Warum geht das denn, bitteschön? Och, Furcht. Hm, dein ganzes Team hat Furcht. Deine wackeren Helden. Jetzt trifft sie nicht mehr. Och, Mann, ey. Das ist, ist halt unfassbar dumm. Also wirklich. Der hat ja kein XP gebracht. Wie langsam sieht ja die Feuerpfeile aus. Ähm. Wie gut, ihn seine Kanuneranze bringt wahrscheinlich wenig. Was mache ich jetzt mit ihm? Ja, 100.000 Meter hinten teleportieren, weil er ist das Nächste dran, ne? Jetzt bin ich nochmal gespannt. Ob er so ein Mist zauert, oder ob er jetzt einfach ranrennt. Rasen vor Wut. Was macht das? Ist das beschleunigt? Er kommt den ganzen Weg wieder zurückgelaufen. Das ist ja schön. Wie hat der falschen Gift avatar gekriegt? Aber Nierschlange hat funktioniert. Ach, Mensch. Guck mal, wer wieder dran ist. Achso, ich könnte an die Maschine ranrennen, die benutzen oder was? Oh, das lief ja großartig. Die benutzen bräuchte ich 6 AP. Na gut, ich glaube auch nicht, dass das hier Dings kollegische schon nochmal drankommt. Das dachte ich mir schon fast, dass das vorher tot... Hey, Kiel holt. Also ich hätte an die Toastmaschine ranrennen können, um die zu benutzen. Na gut. Dann haben wir auf jeden Fall den finsteren Piraten hier geschlagen und können jetzt einmal Zeug... Mach's gut, bis nächstes Mal. Ciao.